Der 1. FC Magdeburg erkämpft sich wortwörtlich in letzter Sekunde den mehr als verdienten Punkt zu Hause und hamstert wieder weiter ein paar Punkte ab in der Tabelle und Magdeburg, für die geht es ja sowieso darum, nicht abzusteigen und da ist jeder Punkt wertvoll und gerade heute fühlt sich dieser an wie ein Sieg. Wir hatten heute Heidenheim zu Gast, Heidenheim natürlich haushoher Favorit, ballbesitztechnisch hat man davon aber gar nichts gespürt, die Magdeburger sehr gut mitgehalten, in Teilen auch besser als die Heidenheimer und Heidenheim war ja vor dem Spieltag Vierter, da sind sie jetzt auch geblieben durch das Unentschieden, sind ja in Führung gegangen durch Tomalla in der 23. Minute, überraschend würde ich jetzt nicht sagen, aber es hätten beide Teams zu dem Zeitpunkt in Führung gehen können und ich würde sagen, Magdeburg hätte es zu dem Zeitpunkt etwas mehr verdient gehabt. In der Folge Magdeburg sehr, sehr bemüht, das 1 zu 1 zu schießen und es wäre auch auf lange Hinsicht mehr als verdient gewesen, dieses 1 zu 1, bloß dann ging es irgendwann in die Nachspielzeit und die Hoffnung, dass das natürlich noch passiert wird, natürlich mit jeder Sekunde, die da verringt, geringer und dann war es ja zum Glück Ito, der in der dritten Minute der Nachspielzeit den sehr verdienten Ausgleich für Magdeburg erzielt hat, das ist gefühlt wie ein Sieg, gerade wenn man Last Minute noch einen Punkt holt, gerade gegen Heidenheim, die ja Top-Favorit waren und ja, einfach noch stark von Magdeburg. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video und ciao!